So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Amnesia. Und zwar habe ich heute mal nachgedacht, ich will mal was über Survival erzählen, weil das Spiel ist ja auch ein Horror-Survival. Ich kann auch über Horrorfilme erzählen etwas. Und zwar müssen wir dieses Glas hier nehmen. Letztens hat uns wieder ein Zombie heimgesucht, so ein Geist. Und, äh, ups, so. Okay, es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Jetzt müssen wir wieder in diese Küche gehen. Wo ist der Teppich? Wo ist der Teppich? Da ist der Teppich. Ohne Teppich gehe ich hier nicht raus. Habe ich schon so oft erwähnt. Warte mal, lass mal gucken, hier. Die Laterne auffüllen und jetzt geht's hier. Ey, mach doch die Tür auf jetzt. Und es ist auf einmal so dunkel da draußen. Ich gehe wieder gedockt, damit's... ...nicht was sehe. Scheiße. Schon wieder Ei. Das ist voll Psycho, verdammte Scheiße. Verdammt. Ich hoffe, er kommt nicht. Boah, ich kann nicht mehr, das wird nicht fertig. Oh Mann, oh Mann. Ich kann so ein bisschen was erzählen. Ich bin wie... Boah, und diese Musik immer. Das ist voll... Das ist richtig Psycho. Ich hoffe, der hat mich nicht gehört. Ein Geist, dass der so viel Kraft hat. Eine Tür aufbringt. Eine Eisentür vor allem. Schau, dass man mich in einer Kiste verstecken kann oder so. Boah. Es ist so Psycho, dieses Spiel. Das kann ich nicht oft genug sagen. Ich glaube, es ist wieder Luft. Oh, mein Teppich ist jetzt weg. Ich will meinen Teppich haben. Ich glaube, ich habe meinen Teppich fallen lassen vor Angst. Das darf ich natürlich nie wieder machen. Und zwar kam der hier gerade um die Ecke, oder? Ich wusste... Ich wusste ja nicht, wo der Zombie herkommt. Ach, das ist... Das Dingens, was kaputt ist. So, erst die Tür zu. Jetzt mal hier durch. Ach, nee, nicht hier durch. Das... Warte mal. Wir müssen ja in die Küche jetzt und diese Säure holen. Da ist die Küche. Dahinter müssen wir... Äh, war die Küche hier oder hier? Hier war die Küche, oder? So sah die Küche doch niemals aus. Ich glaube, es ist eine schlechte Idee, hier zu laufen. Nein, mein Teppich. Ich will meinen Teppich haben. Kolinea, da geht's lang. Ähm, wo ist die... Wo ist jetzt die Küche? Dahinter, oder? Ich habe die Küche jetzt aus den Augen verloren. Es geht doch nicht runter in die Küche, oder doch? Hä? Warte mal, das ist übelst verwirrend hier. Warte mal. Kolinea, da hinten ist die Küche. Also ich muss da oben rein. Nein. Nein. Nein, nicht schon wieder. Boah, ich habe echt die Schnauze voll. Das ist gar nicht mehr. Oh, verdammt. Nein, er kommt. Scheiße. Ich kann es nicht in meine Worte fassen, wie ich Angst habe. Ich habe meine Haut. Ich habe richtige Gänsehaut. Nein, ich bin keine Gans. Ich habe Angst. Ähm. Hoffentlich ist der Ball immer weg. Ich drehe durch. Vollkommen durch. Aber was soll ich da mit dieser Säure machen? Warte mal, was macht man mit dieser Säure? Sachen wegätzen. Das Schloss wegätzen eigentlich, oder? Ich glaube, die Mäuse werden lauter. Oh Mann, ich will nicht mehr. Das Spiel reizt mich. Oh. Es ist einfach krass. Es ist einfach krass. Was hier abgeht. Es ist heftig. Aber was mache ich mit dieser Säure jetzt? Ich brauche meinen Teppich wieder. Ich glaube, der Teppich bringt Pech oder so, weil... Nur wenn ich einen Teppich habe oder so, kommt irgendwas. Das kann ja nicht sein. Wenn ich auf den Anfackeln... ...geht natürlich nicht. Wie unrealistisch auch. Aber wo jetzt hin? Ich weiß das jetzt nicht. Ich bin gerade so in Schock, dass ich nicht mehr denken kann. Das ist krass. Ohne Mist. Es ist kein Spaß. Ich bin wirklich in so einem Schock. Ich kann nicht mehr denken. Okay Mann, ey. Was ist doch da? Matta Kulinea. Lagerraum. Da muss ich ja gar nicht hin. Was ist eigentlich hier hin? Oder? Was ist denn da los? Irgendwas... Irgendjemand ist hier. Irgendwas oder irgendjemand ist hier. Nein, nicht sie töten. Was sind wir denn hier? Ich glaube, die jagen mich oder so. Wie Ghostbusters. Ich kenne hier Ghostbusters. Ich glaube, ich muss hier hin. Ja. Ich glaube, jetzt... Ich glaube, jetzt bin ich gleich frei. Ja, ich bin frei. So, jetzt einen Hammermeißel. Und jetzt... Weg. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Verdammt! Boah! Raus! Weg, weg! Boah! Scheiße, Mann! Boah! Alter! Boah! Heftig! Boah! Boah! Heftig! Scheiße, Mann! Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Alter! Alter! Also, du benutzt die Drain-Sewer als eine Art von Transport? Ja, sie wurden gebaut, um Wasser aus einer Untergrundsprung zu entfernen. Und sind ziemlich spätösisch. Es scheint nur natürlich, dass sie in die gesamte Struktur hineingebauen. Aber wir können sie nicht nutzen. Nicht heute. Der Fluch ist saisonal. Und wenn der Spring öffnet, die dampen Tunnel produzieren einen ziemlich spätösischen Typ von Fungi. Da ist natürlich eine Antidote, aber wir werden es nicht heute beschäftigen. Komm! Das hier ist es. Wir sind fast da. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie eine Brücke bauen, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Also, hier ist die Zisterne. Zisterne ist einfach ein tiefer Brunnen. Da kannst du dann Wasser schöpfen, aber irgendwie, weiß ich nicht. So retz ich nicht. Ah, toll, ey. Wo ist der Poti? Nur hier wird er hingeraten. Was ist das? Das ist doch Blut. Ne, Öl. Scheiße, was ist da? Ach, ne. Können wir hier rein? Das heißt, ich muss das Wasser abpumpen, oder wie? Oder wie habe ich das verstanden? Das ist manchmal... Ich bitte... Warte mal... Hebelklemmt seine Getriebe... Habe ich nicht gerade gesagt, dass das hier Öl ist? Ich habe doch gerade gesagt, dass das Öl ist, ne? So, Glas Öl. Ich bin auch ein Schlewiner. Das habe ich jetzt mal selber gelöst. Ähm... Aha. Ah, es blöcke diese Worte, davon ein Schlag beschädigt. Super. Ne, geht auch nicht. Vielleicht mit dem Stein. Ne, auch nicht. Warte mal, nochmal. Wir müssen zusammen probieren mit dem Stein. Ne. Ey, irgendwie... Irgendwie klappt das nicht. Verdammt. Verdammt. Irgendwie klappt das nicht. Ja, jetzt habe ich das Öl gefunden, aber irgendwie... Hm. Klappt es nicht. Ist kein Öl mehr nötig. Hm. Ah, vielleicht nochmal mit vollem Schwung runterlassen. Ah, okay. Machen wir es halt eben so. Ah. Okay. Dann musste ich es mit Schwung runterlassen. Jetzt gehen wir mal die Leiter hoch. Ich hoffe, die bricht nicht durch oder so. Ne. Ach, du Scheiße. Wo bin ich dann nur hingeraten? Wo bin ich hier nur hingeraten? Mal ehrlich. Ähm, paranormale Sachen und so. Warte mal, ist denn das Hebel? Warte mal. Warte mal. Ist jetzt hier gar nichts. Oh. Jups. So. Steuerraum ist das hier. Hm. Irgendwie ist das kaputt. Ich habe so das Gefühl. Lassen wir das Teil hier ab und gucken wir mal... ...wohin wir gehen können. Und zwar... Ups. So. Jetzt hier in eine Zisterne rein. Hm. Ich bin jetzt etwas ratlos. Ich habe irgendwie gar keine... ...keine Worte mehr für dieses Spiel. Und ich würde sagen... ...bevor ich mir das noch weiter antue, werde ich hier erst mal beenden. Hm. Also... ...das... ...ähm... ...let's play. Also das jetzige... ...jetzigste... ...müßchen strecken. Oh. So. Hm. Genau. Wenn ihr... ...wenn ihr auch sowas machen wollt. Zum Beispiel Amnesia. Spielen. Bei Steam gibt es das. Also, ne. Guckt ihr bei Steam Amnesia. Dann kommt das. Dann könnt ihr das dann so... ...kaufen. Und direkt dann, wenn ihr es gekauft habt, dann laden. Dann habt ihr das. Und dann könnt ihr spielen. So. Damit verabschiede ich mich. Bei Amnesia. Und... ...ich sag bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020